Nachdem ich kürzlich zu meinem großen Erstaunen feststellen musste, dass es tatsächlich erwachsene Menschen gibt, die die pascalische Wette für ein überzeugendes Argument für die Ausübung einer Religion halten, habe ich beschlossen, zu dem Argument in Anführungszeichen ein Video zu machen. Ich bin sicher, ihr findet auch alleine Fehler in dem Argument, aber ich werde mich hier bemühen, möglichst alle aufzuzählen. Zunächst zur Person Pascals. Blaise Pascal war ein bedeutender französischer Mathematiker, Physiker und Philosoph des 17. Jahrhunderts. Er selbst war Christ und insofern bezieht sich seine Argumentation auf den christlichen Glauben, aber dazu später mehr. Die sogenannte pascalische Wette sieht zoologistisch dargestellt etwa folgendermaßen aus. Entweder es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Der menschliche Verstand kann, laut Pascal, Gottes Existenz weder beweisen noch widerlegen. Es ist daher im Prinzip nötig zu wählen bzw. zu wetten, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, da man es eh weder beweisen noch widerlegen kann. Glaube verspricht eine Chance auf ein ewiges Leben im Himmel, ewige Glückseligkeit ohne jedes Risiko. Und Unglaube verspricht nichts, birgt aber das Risiko ewiger Strafe in der Hölle. Aus diesem Grunde sei es besser, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Laut Pascal gibt es vier Möglichkeiten. Man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man belohnt, im Himmel. Man hat quasi gewonnen. Man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, verliert jedoch laut Pascal auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts und man verliert aber auch nichts. Wenn man jedoch nicht an Gott glaubt und Gott tatsächlich doch existieren sollte, in diesem Falle wird man bestraft, mit der Hölle und wird in alle Ewigkeit leiden. Kurz gesagt, die Pascal'sche Wette erklärt den Glauben an Gott durch eine mathematische Kosten-Nutzen-Rechnung für sinnvoll. Es ist jedoch eine absolut miserable Rechnung, mit der meiner Meinung nach so ziemlich alles falsch ist, was an einem solchen Argument überhaupt falsch sein kann. Es ist wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dass sich Pascals Argument an Agnostiker richtet, die bereits die Annahme vertreten, Gottes Existenz sei nicht bewiesen oder überhaupt nicht beweis- bzw. widerlegbar. Er versucht hier überhaupt nicht, Gottes Existenz zu beweisen, sondern er gibt quasi als Prämisse die Unsicherheit der Gottesannahme ab, um dann zu begründen, weshalb man Gott trotz dieser Ungewissheit verehren sollte. Es ist ein Argument für die Religion, für den Glauben, nicht für Gottes Existenz. Und das ist meiner Meinung nach der erste Schwachpunkt der Pascal'schen Wette. Das Argument beweist überhaupt nichts Nützliches. Und wenn ein religiöser Apologet es aus dem Ärmel zieht, ist er meistens schon ziemlich verzweifelt, weil er nicht einmal mehr versucht zu begründen, weshalb seine persönliche Wahnvorstellung wahr sein soll, sondern nur noch, weshalb du trotzdem an sie glauben solltest. Der zweite große Haken an der Pascal'schen Wette ist, dass sie unter Annahme völlig absurde Umstände gestellt ist. Pascal nimmt ohne jede Begründung an, dass ein Gott, wenn denn einer existieren sollte, spezifisch der Gott aus seiner Religion, also der christliche Gott sein muss. Er schließt von vornherein völlig aus, dass ein Gott auch ein deistischer Gott sein könnte. Oder einfach ein anderer. Allah oder das fliegende Spaghetti-Monster zum Beispiel. Auch die Möglichkeit der Existenz mehrerer Götter wird einfach komplett von Pascal übergangen. Dass Zeus und Hera nicht das Universum beherrschen, scheint für ihn völlig selbst evident zu sein. Argumentativ belegen tut er das nicht. Und nebenbei, er kann es auch nicht, ohne seine eigene Position ebenfalls zu untergraben. Weshalb wir einfach von einem kulturellen Bias ausgehen müssen. Auch ansonsten scheint sich Pascal hundertprozentig sicher zu sein, dass Gott, wenn er denn existiert, sich ohne jeden Zweifel für die Menschheit interessiert und über alle Menschen nach ihrem Tod richtet, und zwar spezifisch nach den Kriterien aus der christlichen Bibel. Er zweifelt nicht im Geringsten an der Existenz von Himmel und Hölle. Dass er bei der Annahme von Gottes Motiven oder den Umständen des Lebens nach dem Tod falsch liegen könnte, kommt Pascal arroganterweise nicht in den Sinn. Auch die Idee, dass die Wahrscheinlichkeit für Gottes Existenz genau bei 50% liege, belegt er durch nichts. Pascal begeht hier ein Paradebeispiel eines Schwarz-Weiß-Fellers. Entweder sein Gott oder nicht sein Gott, beides genau gleich wahrscheinlich. Meiner Meinung nach klassisches Wunschdenken, ohne gute Argumente dahinter. Mit der Annahme, entweder es gäbe etwas oder es gäbe es nicht. Und da man es nicht sicher wissen könnte, sei die Wahrscheinlichkeit für die Existenz 50-50, kann man praktisch alles begründen. Den Osterhasen, Allah, das fliegende Spaghetti-Monster, Hogwarts, Gott, den Yeti, den Stein der Weisen, Aliens, Bigfoot, jeden Dämonenfürst meiner Wahl, den Weihnachtsmann. Aber komischerweise habe ich noch nie gehört, dass jemand mit dieser Argumentation ernsthaft die Existenz des Weihnachtsmannes beweist, in Anführungszeichen. Irgendwie ist in solchen Fällen jedem sofort klar, wie beschränkt dieses Argument ist. Aber zum Beweis Gottes und immer zufälligerweise des eigenen Gottes, gibt es immer wieder Menschen, die es ernsthaft aus dem Ärmel schütteln. Zum Dritten, die Wette basiert auf der Annahme, dass es möglich und sinnvoll ist, einen allmächtigen und allwissenden Gott betrügen zu wollen. Ein Mensch kann nicht einfach etwas glauben, bloß weil er beschließt, es zu glauben. Ihr könnt ja mal versuchen, euch durch pure Willenskraft davon zu überzeugen, dass euer Nachbar ein Reptiloid ist, der menschliche Haut trägt. Ihr könnt euch das ausmalen, aber ihr könnt euch nicht selbst dazu bringen, es einfach so zu glauben. So funktioniert Glauben einfach nicht. Natürlich kann ein Mensch, der in Pascal's Sinne auf Gott wetten möchte, zur Messe gehen, die Gebote befolgen und seinen Mitmenschen die tiefste Frömmigkeit vorspielen. Aber Gott, allwissend, wie er angeblich ist, sieht den Unglauben unter der frommen Fassade garantiert. Und wenn die Bibel da als Quelle herhalten darf, ist Gott nicht wirklich immer der vergebene Typ, egal was Christen, die nur die populärsten Stellen aus dem Neuen Testament kennen, gerne erzählen. Und falls er doch der allgütige, verzeihende Gott sein sollte, der einen derartigen Betrugsversuch nicht bestraft oder gar belohnt, warum gehen wir dann überhaupt davon aus, dass wir vor Unglauben in der Hölle landen? Das vierte große Problem mit Pascals Wette ist, dass der Glauben an einen Gott und ein frommes Leben mit Sicherheit nicht so kostenlos sind, wie Pascal uns das weismachen will. Ein frommes Leben kann, je nach Religion und dem Grad der Ausübung, sehr entbehrungsreich und von Verzicht gekennzeichnet sein, etwa durch strenge Speisegebote, Zölibat, Verbot bestimmter Tätigkeiten zu bestimmten Zeiten etc. Außerdem kostet es viel Energie, Zeit, häufig auch Geld und möglicherweise die eigene Freiheit. Zusätzlich kann Religion einen in völlig unnötige Konflikte mit seinen Mitmenschen bringen, etwa eine Familie, die ihr Kind aufgrund dessen sexueller Orientierung verstößt, oder in größerem Maßstab ein Krieg zwischen Erwachsenen darum, wer den cooleren imaginären Freund hat. Zu behaupten, dass einen der Glaube doch nichts kosten würde, ist schlichtweg falsch. Wer sein Leben religiösem Dogma unterwirft, hat, wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass es doch keinen Gott gibt, oder einen anderen als den, auf den er gewettet hat, sein einziges Leben häufig komplett verschwendet. Problem Nummer 5 in Pascals Wette ist seine Annahme, dass das, was er uns da als Hauptgewinn anpreist, überhaupt erstrebenswert ist. Pascal sieht es als selbstverständlich an, dass ein ewiges Leben im Himmel etwas Gutes ist, ohne dies in irgendeiner Weise zu begründen. Ich persönlich sehe damit allerdings eine ganze Reihe von Problemen. Die Idee, dass ewiges Leben etwas erstrebenswertes ist, ist meiner Meinung nach schlichtweg falsch. Wenn etwas unendlich ist, verliert es sämtlichen Wert. Das gilt nicht nur für materielle Dinge, sondern auch für Zeit. Meine Lebenszeit, meine Zeit mit Menschen, die mir etwas bedeuten, meine Zeit, Dinge zu tun, die mir Freude machen, ist endlich und genau deshalb ist sie wertvoll. Besondere Erlebnisse sind bedeutend, eben weil sie nicht wiederholbar sind. Mit ewigem Leben ist alles möglich, aber nichts davon ist noch von Wert. Man kann schließlich alles beliebig oft wiederholen. Pascal ist der Meinung, dass der Mensch nicht in der Lage ist, die Natur der Unendlichkeit zu verstehen, nimmt jedoch einfach an, dass ewiges Leben das Beste seit der Erfindung des Schnittbrotes sei. Da er nicht in der Lage ist, seinen Hauptgewinn irgendwie entsprechend anzupreisen, versucht er stattdessen, uns die weltliche, sterbliche Existenz malig zu reden. Er kritisiert das kurze menschliche Leben auf der Erde dafür, dass es endlich ist und dass permanentes Glück und vollständiges Verständnis des Universums um uns herum nicht erreichbar sind. Er versteht nicht, dass Unwissenheit und unbefriedigte Bedürfnisse im Allgemeinen absolut notwendig sind für das Erfahren wahren Glücks. Ein unbefriedigtes Bedürfnis erzeugt ein Streben, ein Ziel und er fordert, dass ich meinen Geist oder Körper fordere, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht nur der Moment der Befriedigung des Bedürfnisses ist ein Glücklicher, auch das Streben ist Teil davon. Der Weg ist nicht unbedingt das Ziel, aber er ist auch nicht wertlos, sondern notwendig für wahre Befriedigung beim Erreichen seiner Ziele. Dasselbe gilt für Unwissenheit. Wenn ich alles weiß, alles verstehe, was gibt es dann zu erkunden, was gibt es noch zu erforschen? Was wird aus der menschlichen Neugier, der Lust an Entdeckungen? Allwissenheit ist nichts Erstrebenswertes. Im Gegenteil, sie ist unendlich langweilig. Pascal geht jedoch davon aus, dass alles, was nicht endlos ist, als wertlos zu betrachten sei, was mich persönlich vermuten lässt, dass er eine verdammt traurige Existenz führte, wenn er das irdische Leben derart abwertet. Er sieht das Leben quasi als eine einzige leidvolle Prüfung und den Himmel als Belohnung. Was nebenbei bemerkt ein großartiges Beispiel dafür ist, dass Glauben eben nicht kostenlos ist. Im Gegenteil, er kann einem das Leben und alle irdischen Freuden ziemlich gründlich vergiften. Wo ich schon dabei bin, ich überlege seit über einem Jahr, ob ich ein Video zu meinen Gedanken zum Thema Sinn und Zweck des Lebens machen soll. Wenn darin Interesse besteht, schreibt das doch bitte in die Kommentare. Also, um alles noch einmal kurz zusammenzufassen. Die Pascal'sche Wette basiert auf völlig absurden und unbegründeten Annahmen, ist mathematisch unsauber, begeht einen Schwarz-Weiß-Fehler gröbster Sorte, beweist selbst im besten Falle nicht Gottes Existenz, empfiehlt unsinnigerweise einen allwissenden Gott zu betrügen, ignoriert die Kosten eines religiösen Lebens und verspricht als Hauptgewinn etwas, das auf den zweiten Blick überhaupt nicht erstrebenswert ist. Pascals Wette ist unzweifelhaft eines der jämmerlichsten der theistischen Argumente und das größte Problem, wenn jemand es ernsthaft in einer Diskussion verwendet, ist die Qual der Wahl, welchen der vielen Denkfehler man dem Gegenüber zuerst verbal um die Ohren haut. Vorausgesetzt, man sieht an diesem Punkt noch Sinn darin, die Diskussion überhaupt fortzusetzen. In diesem Sinne, viel Spaß beim nächsten Treffen eures örtlichen Bibelkreises, danke für eure Zeit, ich freue mich auf eure Kommentare und besonderen Dank an meine Unterstützer auf Makersupport. Kielestelaj! 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 Kielestelaj!